Hallo liebe Leute, willkommen zu einem Unpacking. Heute habe ich eine Box bekommen, ein Paket bekommen von Disney. Dieses Paket kommt von Disney Moves and More. Und wer mein letztes Video gesehen hat, der weiß ungefähr um was es geht. Aber ich bin auch nicht schlauer, deshalb packe ich das gleich mal aus. Ich weiß zwar was drin ist, aber welche Art drin ist, was für eine Sorte drin ist, das weiß ich nicht. Deshalb ist es ein kleines Überraschungspaket hier zu Nikolaus, sag ich mal. Das Paket ist sehr leicht, also federleicht. Und, also, ich sage mal DVDs kann ich schon mal ausschließen und dicke, fette Bücher auch. Das ist ein bisschen angewertet, deshalb schneide ich es mal besonders vorsichtig an. So. Denn wenn ich jetzt hier oben drauf schneide, dann kann es sein, dass es beschädigt wird. So, das andere mache ich da Hand drauf. So, da haben wir ein Papier. Oh, schön eingewickelt, eingepackt. Wicke fett eingepackt. Deshalb so eine Wölbung. Ich dachte, warum ist da eine Wölbung drauf? Auf dem Paket. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Surprise, surprise. Ja. Es ist eine Disney Infinity Figur. Super. Ja. Das freut mich ja. Ähm. Also, es gab, wenn man zwei DVDs gekauft hat, konnte man halt so diese Codes einschicken und dann bekam man halt eine Disney Infinity Figur. Entweder dieser, äh, Mike, oder, ja, Mike heißt der. Oder halt so ein, so ein lilanes Viech. Deshalb, äh, war ich ein bisschen überrascht, welche Figur jetzt kommt. Und die Figur sieht echt cool aus. Ich habe das Spiel zwar noch nicht, aber werde es mir da eventuell auch holen, später. Bis dahin muss das als, äh, Schreibtisch, Schreibtisch-Deko, äh, oder als DVD-Schrank-Deko herhalten. Schaut mal das Ganze mal aus. Sieht sehr hochwertig aus. So, ja. So sieht die, der grüne, das grüne Monster aus. Ja. So, mal gucken. Spiel und Grenzen, Spaß ohne Ende. Mike, super schneide Moose mit dem Speed-Fahrrad. Also, man kann ja diese Figur halt auf so, auf so Platten stellen und dann wird das direkt ins Spiel, äh, rein, äh, geht's rein und man hat halt so ein Monster in dem Spiel, Disney Infinity. So kann man nach und nach das Spiel auch erweitern und hat dann halt so eine schöne Figur. Ja, die Figur sieht, finde ich, echt cool aus. Übrigens, der Film hat mir auch sehr gut gefallen. Habe ich auch auf DVD angeschaut. Monster Uni. Äh, es gibt ja auch Monster AG und finde ich echt nice. Mal, was noch drin ist. Okay. Da ist so eine Karte drin. Und so eine Anleitung. Ups, gleich zerrissen. Auf jeden Fall war es das Unpacking oder Unboxing zu dieser sehr schönen Figur. Ja. Also, ich wollte auch dieses Ding haben. Also, das Lilane. Ich zeige euch mal, was es noch gab. Also, man kann, man bekommt entweder dieses, dieses lila Ding hier. Ich weiß nicht, wie es heißt. Oder dieses grüne. Und ich habe meine Wunschpremiere bekommen. Danke an Disney. Ja, das war das Unboxing. Ich sage bis demnächst. Bye, bye.